You were the shadow to my life, did you feel us? Another star, you fade away, afraid I ain't... Das finale Kapitel, wie hat der Schmerz jemals vergehen? Der letzte Kampf begann in einer Aufstellung, die bis vor weniger als einer Stunde niemand aus unseren Reihen auch nur hätte erahnen können. Der dunkle Rächer, Floink, der Held des letzten großen Abenteuers auf der Seite des Feindes, ging den wahren Nick Crossma in seiner wahren Form, dem Verräter und dieser Samsmörder als unser Mitstreiter. In dieser großen Schlacht wurde ziemlich schnell eine Sache auffällig. Floink hatte unterschätzt, welch eine Wirkung die deutlich stärkere Willenskraft meines besten Freundes haben würde. In ihrem letzten großen Kampf war Nick Crossma mit nur einem Schlag besiegt gewesen. Diesmal musste, jedoch musste er zwar ähnlich starke Treffer einstecken, jedoch blieb er stark. Jede Attacke verwundete ihn, jede Attacke von Floink traf. Auch wenn es schien, als würde er jeden Moment zusammenbrechen, kämpfte er weiter. Er schien jeglichen Schmerz zu ignorieren. Er war eindeutig nicht der Nick Crossma aus seinem letzten Leben. Er war ein Held geworden. Er kämpfte mit reiner Entschlossenheit für das Leben seiner alten Heimat und gegen seinen früheren Nemesis. Somit verlieb der Kampf in eine andere Richtung als beim letzten Aufeinandertreffen der beiden. Der Kampf wirkte auf den ersten Blick ungleich, gar chancenlos für Nick Crossma. Doch er war es nicht. Auch Floink hatte seine Probleme, gegen ihn anzukommen. Ich weiß nicht, woran es wirklich lag, aber ich denke, es war entweder die Anstrengung oder der Frust. Doch dieser schaffte es nicht mehr, allen Angriffen, die auf ihn losgingen, zu entrinnen. Anfangs war ich selber noch sehr unsicher gewesen und hatte darüber nachgedacht, mich ebenfalls in den Kampf einzumischen. Jedoch hielten mich sämtliche der Helden der ersten beiden Legenden auf. Zuerst dachte ich, sie wollten nicht, dass jemand Nick Crossma unterstützte. Aus Zorn. Jedoch verstand ich schnell, weshalb sie es wirklich taten. Sie alle wussten nun, wo Nick Crossma wieder er selbst war. war der Kampf nicht mehr nur ein Kampf um diese Welt. Es war etwas Persönliches geworden. Es war eine Schlacht zwischen Todfeinden. Keiner von ihnen würde sich diese Gelegenheit nehmen lassen. Trotzdem fiel es mir schwer, nur untätig herumzusitzen. Nick Crossma wurde immer schwerer verwundet. Und jeden Treffer machte ich mir Sorgen, er würde es nicht überleben. Auch wenn die Situation eine vollkommen Fremde für mich war, änderte dies nichts an der wichtigsten Tatsache. Scheinux war mein bester Freund. Ich weiß, dass er selber sagte, er wolle nicht, dass wir ihn sehen wie Nick Crossma. Und deshalb werde ich es auch nicht. Aber trotzdem war Scheinux ein Teil von Nick Crossma. Innerlich waren sie in diesem Moment ein und dasselbe Pokémon. Und ich wusste, wenn Nick Crossma diesen Kampf verlieren würde, dann würde ich meinen besten Freund verlieren. Egal, was danach geschehen würde. Doch Floink kam ebenfalls ins Straucheln. Der größte Unterschied zwischen den beiden Gegnern war dieses Mal, dass man Floink seinen Schmerz ansah. Mit jedem eingesteckten Treffer wurde er schwächer, langsamer, hoffnungsloser. Er wirkte vollkommen verzweifelt. Er selber musste seit Anfang der Schlacht jeden Schlag mit seinem Sieg gerechnet haben. Doch er kam einfach nicht. Jeder eingesteckte Schlag schien Nick Crossmas Willen zu stärken. Und jedes Zeichen der Hoffnungslosigkeit des Dunklen Rächers schien seine Hoffnung zu stärken. Der Kampf verlief so eine gesamte Weile weiter. Nick Crossma hielt jedem Schlag stand. Die Entschlossenheit war ihm anzusehen. Doch Floink hatte noch Hoffnung. Eine Technik, von der ich bereits in seiner Geschichte etwas lesen konnte, die er bisher jedoch nicht genutzt hatte. Mit seiner letzten Kraft teleportierte er sich zwischen uns und Nick Crossma. Im nächsten Moment durchströmte eine Explosion aus reiner Finsternis die gesamte Gegend. Jeder wurde von diesem Angriff getroffen und verletzt. Jedoch kam ich wie die meisten anderen noch relativ gut davon. Als die Schatten sich verzogen, sah ich, wie alle, die mit mir gewartet hatten, noch auf den Beinen waren. Floink stand vor uns mit dem Blick auf den Boden. Er atmete schwer. Er hatte sich sehr stark verausgabt. Nick Crossma lag hinter ihm auf den Boden. Regungslos. Seht ihr, ihr seid meiner Macht nicht gewachsen. Ich habe gewonnen. Und jetzt werde ich diese Welt erlösen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Aus Floinks Körper strömten die Schatten. Sie bewegten sich zu jedem kleinsten Rest Materie. Im nächsten Moment wurden sie alle angesogen. Wir mussten ebenfalls aufpassen, dem Sog der Schatten standhalten zu können. Lord Ecke versuchte sich an einem Angriff. Doch es nützte nichts. Alles half nicht. Latios versuchte ein letztes Mal, Floink zur Vernunft zu bringen. Bitte, Floink, stopp diesen Wahnsinn. Wir können über alles friedlich reden. Du hast deine Rache doch bekommen. Nein, diese Welt wird nie wieder erwachen. Sie wird jetzt untergehen. Und wir alle mit ihr. Es hatte keinen Zweck mehr. Wir hatten uns durch so ein langes Abenteuer gekämpft. Und alles getan, was in unserer Macht stand. Gegen die mächtigsten Feinde gekämpft. Doch alles, was wir taten, war machtlos gegen dieses Wesen. Geratina hatte Recht gehabt. Wir hätten nie in diese Welt reisen dürfen. Wir hätten uns nicht mit der Macht des dunklen Rächers anlegen dürfen. Nun hatten wir alles verloren. Ich versuchte nicht, manchmal mehr mich gegen das Unabdingbare zu wehren. Wenn das Schicksal wollte, dass wir alle hier umkamen, dann würden wir es. Für mich lohnte es sich ohnehin nicht mehr zu kämpfen. Mein bester Freund hatte ich bereits verloren. Wenn nun alles enden würde, dann wären wir zumindest wieder vereint. Doch schon in den ersten beiden Teilen der Legende konnten wir es merken. Diese Welt hat vieles überlebt. Viele unglaubliche Dinge waren bereits geschehen. Oft hatte ein Wunder alles gerettet. Und auch an diesem Tag, in dieser Situation, schien in der Ferne noch ein Licht der Hoffnung. Und dieses Licht reflektierte sich in Nekrosmas Körper. Diese Welt wird leben. Genauso wie meine Freunde. Niemals wirst du diese Schlacht gewinnen, solange ich am Leben bin. Auch wenn er Nekrosmas Anwesenheit bemerkte, ignorierte Floing seine Worte und setzte die Absorbierung fort. Sie ist ein Nekrosma, du hast wieder einmal versagt. Jedes Mal, jedes Mal aufs Neue enttäuscht du alle, für die du kämpfst. Sieh es ein. Du bist nur Ballast. Niemand wird dich je benötigen. Du wirst immer einsam sein. Selbst wenn du Recht hast, ist es mir egal. Ich bin gekommen, um meine Fehler wieder gut zu machen. Auch die, die ich dir gegenüber gemacht habe. Und deswegen wirst du diese Welt nicht zerstören. Ohne jegliche Vorwarnung schossen auf einmal Strahlen in Nekrosmas Körper. Von der linken Seite, mitten aus dem Nichts, einer aus Licht. Und von rechts einer aus Schatten. Ich wusste zunächst nicht, was genau nun wirklich geschah. Doch als ich die Reaktion derjenigen, die es wussten, bemerkte, wurde es mir klar. Er... Er führt sie tatsächlich aus. Wie? Die Hoffnung ist also noch nicht verloren? Vor allem Floings Reaktion sprach Bände. Was? Das kann ich... Du dürftest diese Fähigkeit hier doch gar nicht haben. Und... Deine Stärke reicht sie wirklich noch dafür? Wenige Sekunden später schwebt erneut ein anderes Wesen dort, wo eben noch Nekrosma gewesen war. Es war größer als alle Pokémon, die ich je gesehen hatte. Sogar als Groudon. Es war ein gelber Drache, dessen Augen in Regenbogenfarben leuchteten. Es war Ultranekrosma. Ich werde immer die Stärke haben, die ich brauche, um meine Freunde zu retten. Ich habe eine zweite Chance erhalten. Ich habe sie genutzt, um mich zu bessern. Du hast deine zweite Chance weggeworfen. Du hättest haben können, was du immer wolltest. Doch stattdessen wolltest du die Zerstörung. Floink brach ab, was er tat und griff ihn an. Er schoss einen Flammenwurf mitten auf Ultranekrosma. Ein Lichtstrahl schoss aus einem seiner vier Flügel und stoppte den Flammenwurf. Aus dem anderen der Flügel kam nun ebenfalls Licht. Und die Strahlen bündelten sich mitten vor seinem Herz. Im nächsten Moment schoss aus dem Brennpunkt ein einziger, riesiger Strahl mitten auf Floink. Verlasse diese Welt! Kehre nie wieder zurück! Du darfst nur dann wiederkehren, wenn du deine Meinung änderst! Floink versuchte alles, um gegen die Macht von Ultranekrosma standzuhalten. Er gab nicht auf, trotz all der Macht, die auf ihn einschlug. Doch auch Nikrosma ließ nicht nach. Er gab all seine Kraft für diesen Angriff. Er verwandelte sich wieder in den normalen Nikrosma. Doch sein Strahl schoss er weiter ab. Immer noch gab Floink nicht nach. Selbst seine Form als Nikrosma verlor er nun. Nun stand wieder Scheinux an dem Ort, von dem der Angriff ausging. Und Floink schaffte es nicht mehr durchzuhalten. In der Sekunde, in der er seine Verteidigung fallen ließ, umschloss das Licht ihn und seine Silhouette verschwand in ihm. Einen Moment lang herrschte beinahe komplette Stille. Nur Scheinux schweres Atmen war zu hören. Er stand am selben Punkt wie eben. Er sah schrecklich aus. Sein Anblick tat mir im Herzen weh. Er war komplett blutüberströmt. Er hatte lange Narben und eine große Wunde im Bauch. Doch es schien ihm selber kaum aufzufallen. Ha, habe ich, habe ich es geschafft? Ja, du hast gewonnen, Scheinux, du... Bevor ich überhaupt die Gelegenheit hatte, weiterzureden, brach er zusammen. Scheinux! Ich rannte sofort zu, um ihm irgendwie zu helfen. Scheinux, bist wach? Bitte, bitte sag doch was! Mir schossen Tränen in die Augen. Bitte, Scheinux, bitte... Danke. Ich war völlig überrascht, als ich ihn dieses Wort aussprechen hörte. Wie danke? Was meinst du? Du hast uns alle gerettet. Ich war es dieser Welt schuldig. Ohne euch alle hätte ich es nie geschafft. Ohne euch wäre diese Welt verloren. Ich wusste nicht, was ich wirklich sagen sollte. Doch tief in mir wusste ich, ich müsse etwas sagen. Irgendetwas. Doch stattdessen fuhr Scheinux fort. Danke, dass ich euch alle begleiten durfte. Ich hoffe, ich konnte es zumindest irgendwie wieder gut machen. Bulby, kehre zurück nach Schmuckstadt. Erzähle allen dort, was hier vorgefallen ist. Ich verstand nicht. Wie? Du kommst doch auch mit zurück nach Schmuckstadt. Wir werden dort allen... Wir werden dort alle zusammen Pokémon helfen. Wir werden wieder in unser altes Leben kommen. Alle zusammen. Nein, Bulby, ich denke, ich werde es nicht schaffen. Ich kann nicht mit euch kommen. Was meinst du? Du musst es schaffen. Bitte. Du kannst doch jetzt nicht einfach... Ich habe schon lange so ein Ende erwartet. Immer wenn du erzählt hast, dass du glaubst, dass du verschwinden wirst. Jedes Mal hatte ich gehofft, dass es vielleicht nicht dich trifft, sondern mich. Und nun ist es anscheinend wirklich so gekommen und ich bin glücklich. Nein, warum sollte das Schicksal dieses Mal gerade dich nehmen? Warum? Ich... Ich habe viele Dinge getan, auf die ich nicht stolz sein kann. Ich bin schuld daran, dass diese Reise zustande kommen musste. Wenn jemand nun verschwinden sollte, dann bin ich das. Wie alle anderen, ihr habt noch eine goldene Zukunft vor euch. Ich habe schon viel erlebt und alles geschafft, was ich je wollte. Meine Fehler wieder gut machen. Bulby, bitte versprich mir, dass ihr allen berichtet, was vorgefallen ist und dass ihr zusammenhaltet. Ihr könnt als Team alles erreichen und... Scheinungsverstimmte für einen Moment. Und ich weiß, dass ihr... dich nicht vergessen werdet. Ich war von der Situation vollkommen überfordert. Ich konnte und wollte nicht verstehen, was in diesen Minuten geschah. Ich weigerte mich einfach, es zu akzeptieren. Aber... Nein! Ich werde dich hier nicht einfach zurücklassen. Das kann ich nicht. Die letzten sechs Jahre waren die besten meines Lebens, weil ich sie mit dir teilen konnte. Seit ich dich kenne, habe ich Selbstvertrauen. Du hast mir mein wahres Ich gezeigt. Wir waren immer füreinander da, egal was passiert ist. Ich... Ich kann nicht akzeptieren, dass... all dies auf einmal enden soll. Was soll ich denn ohne dich machen? Du hast mich stark gemacht. All die Zeit. Ich wäre jetzt nicht hier, wenn du mich nicht begleitet hättest. Du... bist ein starkes Pokémon, Bulby. Und du hast... all deine Freunde. Du brauchst mich nicht, um... stark zu sein. Wieder kehrte ein Moment Stille ein. Es... tut mir leid, Bulby. Ich habe alles gegeben für ein schöneres Ende. Ich habe versucht, dass jeder es schafft. Aber... Floink hatte wohl recht. Ich versage immer. Le... Lebe wohl. Dies waren die letzten Worte, die ich von Scheinungs hörte. Ich war vollkommen am Ende. Ein derartiges Ende dieses Abenteuers war das Schlimmste, was ich mir in diesem Moment hätte vorstellen können. Alles wäre besser gewesen, wenn ich zumindest irgendwie noch mit ihm vereint wäre. Ich kniete neben Scheinungs auf den Boden, immer noch mit tränenden Augen. Während ich nebenbei mitbekam, wie um uns herum etwas geschah. Die Reste der Materie, die noch geblieben waren, explodierten. Sie füllten die Wände des Nichts aus. Es war, als würde jemand ein Gemälde um uns herum malen. Ein blauer Himmel entstand. Ein See, ein großer Hügel und einige Häuser. Um uns herum baute sich aus den Resten dieser Welt Silberdorf auf. Und als schließlich die gesamte Welt wieder war, wie lange mit Wufor erschienen Pokémon wie aus dem Nichts. Sie materialisierten sich an verschiedenen Stellen des Dorfes. Dieser Welt war das Leben zurückgegeben worden und mir die Lebensfreude genommen. Immer noch saß ich weinend, verscheinungsregungslosen Körper. Ich spürte eine Hand auf meiner Schulter. Als ich mich umdrehte, schwebte Latias direkt hinter mir. Bulby, ich denke, du brauchst etwas Ruhe. Du solltest dich ausruhen. Viele der Häuser im Dorf stehen leer durch die Ereignisse während der dunklen Macht. Ich wusste, dass sie recht hatte, doch trotzdem wollte ich nicht von hier gehen. Ich wusste, wenn ich nun ginge, würde ich Scheinux nie wiedersehen. Doch Latias gab mir neue Hoffnungen. Ich weiß nicht genau, wie es wirklich um Scheinux steht. Aber Bulby, solange er nur die kleinste Chance besteht, werden wir alles geben, damit er wieder gesund wird. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Meinst du wirklich? Oder willst du mich nur aufmuntern? Sie meint es, wie sie es sagt. Wir werden alle mithelfen. Stimmt's nicht, Leute? Dort Ecke und Hydropi stimmten beide zu. Meine Freunde brauchten genau wie ich noch Zeit, den Schock zu verkraften. Doch anschließend stimmten sie auch zu. Nur einer nicht. Darkrai. Was ihr jetzt tut, ist euer Problem. Meine Aufgabe hier ist erledigt. Ich verschwinde. Aber wir sehen uns wieder. Nicht als Freunde. Als Feinde. Merkt euch das. Im nächsten Moment war er bereits verschollen. Seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Und somit endet die Geschichte unseres großen Abenteuers. Etwa zwei Wochen sind inzwischen vergangen. Seemobs, Chillast, Ivi und ich sind natürlich alle noch in Silberdorf geblieben. Ich werde nicht gehen, bevor ich endgültig Überscheinungsbescheid weiß. Leider weigern sich alle strikten auch, nur irgendetwas über seinen Zustand zu sagen. Ihre Begründung ist, dass sie mir keine Informationen geben wollen, die dann vielleicht eine Stunde später wieder falsch sind. Somit weiß ich zumindest eine Sache. Sein Zustand ist instabil. Aber nicht hoffnungslos. Alles, was ich nun noch tun kann, ist zu warten und zu beten. Doch ich bin nicht die Einzige, die immer noch sehr mitgenommen von den letzten Ereignissen unseres Abenteuers ist. Auch Lord Ecke wirkt sehr traurig über Günther. Und ich sitze nun hier in einem der verlassenen Häuser in dem, was früher Bieser Sam gehört hatte und warte und ich werde weiter warten. Diese Geschichte ist hier fürs Erste zu Ende. Vielleicht werde ich noch etwas nachtragen. Doch unser Abenteuer ist Geschichte und wer weiß, vielleicht werden sich die Pokémon eines Tages nun auch unsere Legende erzählen. Eine Legende von Hoffnung, von Abenteuer, von Mut, von Freundschaft und eine Legende von der Liebe. All dies steht in den Sternen und eines Tages werde ich es wissen. Doch bis dahin werde ich warten. Scheinlich, ich weiß, du kannst mich hören, egal wie es derzeit um dich bestellt ist. Ich werde auf dich warten und wenn es für immer dauert. Genauso wie dieser Ausklang es im Moment tut. Ich werde diese Erzählung nun abschließen mit einem letzten Zitat, das mir gerade noch im Kopf herumschwirrt. Es stammt aus einem Buch, das ich gelesen habe. Im Leben zählen viele Dinge. Macht, Ruhm und Geld. Doch nur zwei Dinge haben wirklich eine Bedeutung. Die Freundschaft und die Liebe. Nur wer dies realisiert, kann erfüllt leben. Mit diesen Worten macht es gut. Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition 3 Heroes from another world Ende 1 Jahrh bound Oberläufer Zählen 3 Jahrh tem 2 Jahreh met From the sky it drops to rain, do you think it can subdue the pain? From beneath that red umbrella, with the sound of the droplets tell ya that I'm here, just right here It cannot be, what have I done? After it all, this game wasn't very fun It's my mistake and I'm really sorry But it's alright, you don't have to worry about me It's okay When you see me again I give you one request Please don't think I'm a friend That's my only request All the pain All the haunts All the smiles All the memories Our friendship Our bond Let them be washed away My small drop Let's have a ring Looking up at big stars I wonder where you are I wonder where you are Among the hours of gold Though I'm without a plan Though I'm without a plan I'm waiting Just waiting Just waiting I miss you I love you I love you I love you I haveema I love you And you love you Untertitelung des ZDF, 2020